Die Ursache von Ängsten Heute ist klar, dass die Entstehung der Angst ein sehr komplexes Geschehen ist, ein Mix aus Vererbung, unbewusstem Lernen und äußeren Reizen. Hirnforschung und bildgebende Verfahren haben in den vergangenen zehn Jahren das Verständnis von Angststörungen enorm wachsen lassen. Die funktionelle Magnetresonanztomographie zum Beispiel macht die Vernetzung der Schaltkreise im Gehirn sichtbar. Sie zeigt, dass der reflexhafte Angstalarm viel schneller abläuft, als der Verstand gegensteuern kann. Die Kontrollzentren der Hirnrinde, wo die Sinnesreize überprüft und bewertet werden, können die überschießenden Reaktionen im Gefühlszentrum zwar bremsen, doch nur, wenn die Nervenbahnen zwischen beiden Regionen genügend ausgeprägt sind. Mit etwas Übung kann man dieses neuronale Netz verstärken, also die Angst bis zu einem gewissen Grad verlernen. Das ist das Trainingsziel bei einer Verhaltenstherapie. Wie ängstlich ein Mensch durchs Leben geht, entscheidet sich zu weiten Teilen schon im Mutterleib über die Botenstoffe im Blutkreislauf der Schwangeren. Je nervöser die Mutter ist, desto mehr wird es auch ihr Baby. Mehrere Langzeitstudien, im Säuglingsalter begonnen, zeigen, dass Ängstlichkeit schon in den ersten Lebensmonaten erkennbar wird und sich als Persönlichkeitsmerkmal bis ins Erwachsenenleben äußerst stabil hält. Selbst wenn im Lauf der Jahre viele positive Erfahrungen gemacht werden. Solche Angstpersönlichkeiten, die schon als Baby häufig weinten und verunsichert waren, weisen ihr Leben lang eine spezielle Hirnstruktur mit besonders intensivem Aktivitätsmuster auf. Eltern sollten in solchen Fällen aus der Not eine Tugend machen und auf die Ängste ihrer Kinder beruhigend eingehen, rät Jürgen Margraf, deutscher Panikexperte und Professor an der Ruhr-Universität Bochum. Der Versuch, Angstkinder zu disziplinieren, verstärke deren Unsicherheit nur. 40% der Angststörungen, zeigen Studien an Zwillingen, haben eine erbliche Komponente. Doch die genetischen Grundlagen sind komplex. Ein einzelnes Angstgen existiert nicht. Wir haben Genvarianten auf dem Chromosom 12 gefunden, die das Risiko für eine Angststörung erhöhen, etwa durch Veränderungen im Ablauf der körpereigenen Stressreaktion, sagt die Forscherin Angelika Erhard-Lehmann. Aber es gibt noch viele andere Einflüsse, die auf das Erbgut einwirken. Lebensgewohnheiten, Krankheiten, Traumata. Eine besonders wichtige Rolle scheinen Trennungsprozesse zu spielen, da es in bestimmten Entwicklungsphasen lebensbedrohliche Gefühl alleingelassen zu werden. Es gibt viele Ansätze, Angst zu bekämpfen. Trotzdem werde etwa die Hälfte der Betroffenen nicht behandelt, bedauert der Göttinger Angstexperte Borwin Bandelow. Ihr Risiko, in Depression oder Sucht abzugleiten, sei groß. Sich der Angst zu stellen, sei daher die einzig wirksame Strategie. Gerade bei sozialen Ängsten greifen die Betroffenen jedoch zu falschen Strategien. Sie nehmen allen Mut zusammen, gehen auf große Partys und fühlen sich als Versager, wenn sie mit niemandem ins Gespräch kommen. Doch Psychologen können auch Schüchternheit, zu der sich 40% der Menschen bekennen, kurieren. Am Shines Research Institute an der US University in New Albany, Indiana, haben sie eine Methode gezielt für den Abbau von Unsicherheiten entwickelt. Der soziale Umgang lässt sich viel erfolgreicher auf Treffs mit Freunden erlernen, sagen die Wissenschaftler. Auch am Arbeitsplatz kommen Schüchterne eher mit kleinen Schritten zum Ziel. Ein Gespräch mit Kollegen über das Wetter dient als Training für den späteren Vortrag vor der gesamten Mitarbeiterschaft.